Hallöchen Schluffis! Wundert euch nicht, wenn es heute etwas piept in meinem Video, denn ich habe gerade Besuch. Bei mir machen ein paar Vögel Osterferien und mit denen gemeinsam habe ich heute Black Sleim gemacht. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch und die Vögel freuen sich auch schon. Los geht's! Erstmal nehme ich meine schwarze Peel-Off-Maske und davon gebe ich etwas in die Schüssel. Die habe ich von Douglas. Jetzt nehmen wir etwas Kaiser-Natron, da mache ich eine Brise mit dazu und das Ganze müssen wir jetzt umrühren. Schön verteilen. Jetzt nehme ich meinen Shaving-Cream bzw. Rasierschaum und gebe davon ein gutes Stück mit rein. Ihr könnt auch gerne Bilou verwenden, wenn euch das lieber ist. Und das Ganze müssen wir richtig umrühren. Und jetzt nehmen wir unser Kontaktlinsen-Lösungsmittel und davon geben wir einen guten Schuss rein und rühren das Ganze wieder um. Und ihr seht, es wird jetzt zu Schleim. Das reicht noch nicht und deswegen gebe ich noch wieder einen Schuss dazu. Und das mache ich so lange, bis der nicht mehr an den Fingern kleben bleibt. Und dafür können wir jetzt wieder unseren Fingertest machen. Finger reinhalten, wenn es kleben bleibt, nicht gut. Und wenn es nicht kleben bleibt, gut. Ja, da sieht das schon gut aus. Bleibt nicht kleben und deswegen gut. Und jetzt kann ich das in der Hand weiterkneten. Und der fühlt sich so, so geil an. Ich denke, ihr seht das in dem Video. Daumen nach oben, wenn ihr auch Schleim feiert. Ab in die Kommentare, welche Schleims ich noch probieren soll. Und wenn ihr euch mein letztes Video anschaut, dann seht ihr, dass ich ein Auspack-Video gemacht habe. Und wenn ich eure Pakete auch auspacken soll im Video, dann findet ihr meine Adresse unten in der Infobox. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüssli, wüsli. Die Vögel sagen auch Tschüss. Ja.